Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Serienschalter bzw. Doppelschalter selber fachgericht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schallplan hierfür an. Wir kommen mit einer dreiartigen Leitung, in meinem Fall NIMM 3x1,5mm² zu unserem Serienschalter und von dort aus geht es auch schon weiter mit einer dreiartigen Leitung zu unserer ersten Lampe und ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung zu unserer zweiten Lampe. Der blaue Neutralleiter unserer Zuleitung geht in die erste Lampe hinein und ebenfalls dann gleich in die zweite Lampe. Unser grün-galber Schutzleiter hier schaut genauso aus, dieser geht ebenfalls wieder in die erste Lampe und anschließend auch gleich in die zweite. Jetzt hat das etwas Besondere, hier nämlich der meistbraune Ausleiter geht erstmal hier unten in unseren Serienschalter bei der Eingangsklemme L hinein. Von dort aus haben wir dann zwei Ausgangsklemmen, diese sind beide mal mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet und die erste Ausgangsklemme geht natürlich dann in unsere erste Lampe hinein und die zweite Ausgangsklemme hier in die zweite Lampe. In der Praxis sind meine beiden Lampen hier schon fachgerecht angeschlossen, hierfür habe ich übrigens auch schon ein extra Video mal gemacht und jetzt muss ich ja mal noch hier meine Zuleitung, meine Leitung zu meiner ersten Lampe und auch meine Leitung zu meiner zweiten Lampe um circa 10cm abmanteln und am Ende hier noch 1cm von dem Mantel in die Hohlwandhose stehen lassen, um einfach eine entsprechende Zugentlastung zu haben. Im nächsten Schritt habe ich mir meine drei blauen Neutralleiter schon mal mit genug ist, hier hinten schön nebeneinander in die Dose gelegt, genauso die grün-gelben Schutzleiter hier und jetzt kann ich diese nämlich mal noch auf dieselbe Länge abkürzen. Bei mir sollte es so auf jeden Fall passen, weswegen ich sie jetzt auch schon auf 11mm abisolieren kann. Wenn alles vorbereitet ist, gebe ich mal meine drei grün-gelben Schutzleiter in eine Klemme hier hinein, mache dasselbe Spiel mit meinen blauen Neutralleitern hier und anschließend lasse ich beides einmal nach oben schauen in meiner Hohlwanddose bzw. Unterputzdose verschwinden. Wichtigerweise, die Dose muss auf jeden Fall tief genug sein. Nun klemmen wir auf der Rückseite mal meinen meistbraunen Außenleiter meiner Zuleitung hier oben bei L drauf und hier unten links bzw. rechts kommt jetzt der Außenleiter zu meiner ersten Lampe bzw. der Außenleiter zu meiner zweiten Lampe drauf. Natürlich muss mein Einsatz hier Richtung Hohlwanddose schauen, also um 180 Grad gedreht. Ich habe das Ganze zur Veranschaulichung aber mal anders angeklemmt und jetzt muss ich mal noch hier die Schraube und vor allem auch diese hier auf der linken Seite raus sind, wenn ich eine Hohlwanddose, so wie in meinem Fall, habe. Denn dadurch kann ich jetzt diese Krallen hier entnehmen, die wohl einfach zur Befestigung für Unterputzdosen geeignet sind und die bei einer Hohlwanddose im schlimmsten Fall auch hier hinten sogar einen Leiter beschädigen könnten. Wenn auch das passt, gebe ich mal den Einsatz hier bei den entsprechenden Befestigungsschrauben rein. Jetzt kann ich das Ganze entweder mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien, die wohl bei mir hier schon vorgefertigt sind, ausrichten. Und dann muss ich jetzt mal noch hier an den zwei Befestigungsschrauben festschrauben. Danach den Rahmen noch aufsetzen, die Wippe hier richtig rum aufbringen, dass er auch wirklich überall eingeklipst ist. Und dann kann ich nämlich auch schon diese Blenden hier vorne drauf machen, wodurch mein Serienschalt jetzt auch schon richtig dort ist. Zum Schluss gebe ich wieder Spannung auf das System, um einfach mal die Funktionalität zu prüfen. Und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir so einen Serienschalter jetzt auch schon richtig angeschlossen haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen Serienschalter hier oder eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.